Der Ball war scheiße, Endo. Es war klar, dass er nicht ankommt. Da unten steht noch Klimovic zur Einwechslung bereit. Jetzt mal den Hamburger Angriff. Danke, Mola. Dankeschön. Also den Hamburger Angriff hier stoppen. So, komm Junge, nimm Tempo auf. Bist doch nicht viel alleine, Gonzalo, sondern nimm einfach Tempo auf. Mach irgendwas Cooles. Ey, bringt ihn rein. Ja, Junge. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Come on, Junge. Wo ist mein Mikro hin? Der Mikro ist doch da. Ja, Junge. Fucking. Oh, Junge. Castro auch noch. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Gonzalo Castro macht 3,292. Minute. Gonzalo Castro. Jetzt passiert heute wirklich alles, ne? Jetzt kriege ich auch zurück in den Chat. Jetzt kriege ich zurück in den Chat. Leckt mich am Arsch, Jungs. Ist das geil. Macht das Gonzales geil. Der geht bis auf die Linie runter. Der lässt sich nicht abkochen. Und dann macht ein Castro das 3,2. Ein Castro. Schimmer, Junge. Ist das geil. Oh, Scheiße. So. Damit habe ich mich jetzt offiziell bei allen Nachbarn, die ich hier um mich rum habe, mal direkt unsympathisch gemacht. Weil diese Bude so hellhürig ist. Ist das geil. Leck mich an bestimmten Orten. Ach, du Kacke. Ist das geil. Boah. Jetzt ein Last Minute Treffer. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Junge Vater. Jetzt geht da hinten rein. Mit elf, mit zwölf, mit vierzehn Mann. Und blockiert die letzten Angriffe. Ich hoffe, dass er eh nicht mehr viel macht. Aber er blockiert alles weg, was da irgendwie geht. Jetzt kommt er. Kämpft noch. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Jetzt pfeift die Scheiße ab, Bruder. Wir sind auf vier Minuten dreißig. Ja, Mann. Ja. Gott, Junge. Dieser Verein bringt mich noch um. Dieser Verein bringt mich Realtalk noch um. Dieser Verein bringt mich noch um. 88 Zuschauer. Ist jetzt auf einmal los. Stream-Rekord. Unser Präsident im VfB-Schal. Wo ist mein Schal? Den habe ich weggeschmissen gerade. Den habe ich weggeschmissen. Give me that Schal, Alter. Jungs. Pure Liebe. Ich will einen VfB-Spam. Ich will, keine Ahnung, diese weiß-rote Emojis. Ich will einen VfB-Spam. Ja, Junge. Genau so. Niemand 8.8 macht es genau richtig. Ich will den VfB-Spam. Gebt mir einfach den VfB-Spam. Gebt ihn mir. Ach so, stimmt. Ich habe noch eine Sache zu machen hier im Stream. Ich habe noch eine Sache zu machen. Aha. Ah. Ah. Was ist denn gerade da links oben passiert? Was ist denn gerade da links oben passiert? Da schaue ich einmal nicht auf meinen Stream drauf. Ich schaue einmal nicht auf meinen Stream drauf. Und auf einmal sind wir bei fucking 85, 88 Zuschauern. Und ihr macht den weiß-roten Spam. Absolute Ehrenmänner. Bester Stream überhaupt bisher. Bester Stream aller Zeiten. 90 Zuschauer. Leck mich am Arsch. 90 Zuschauer. Boah, Jungs. Einfach geil, Jungs. Vielen Dank, Jungs. Einfach danke. Nach der ersten Halbzeit hätte ich gedacht, dass hier Dinge passieren. Und ich habe das 3-2 noch nicht eingetippt. Genau. Vielen Dank. Kaudi Kaudi